In diesem Video möchte ich euch eine Basisblock-Technik mit dem Hanbo zeigen, einen Schlag und eine mögliche Kombination aus diesen beiden Abläufen. Beim Hanbo handelt es sich um einen kurzen Stock von etwa 90 cm Länge und natürlich lassen sich die Prinzipien, die ich in diesem Video zeige, adäquat, zum Beispiel auch mit einem Regenschirm ausführen. Zum Regenschirm selbst, dann mal später etwas mehr in einem anderen Video. Doch lasst uns jetzt erstmal rausgehen und etwas trainieren. Ich bin Dirk von Nippo Ralf und nach dem kurzen Trailer geht's los mit den Übungen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.